Und wieder so Drecksgegner, so Platinote, rennen die ganze Zeit raus. Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem Funny Moment Gameplay Compilation Video. Hier mal wieder mit dem Brunnen am Stadt. Moin. 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 Cool, dass ihr am Stadt seid. Auf jeden Fall, Leute. Und ich würde sagen, let's go right into it. Let's go. Oh, man sieht ja los. Geht schon los. Ich würde sagen, rechts in B. Nice. Ich habe doch auch auf ihn geschossen. Ich habe doch auch auf ihn geschossen. Ging denn die Schüsse hin? Nur anboosten. Nur anboosten. Ja, tschüss. Ey, Junge. Die kommen von oben, die kommen von unten, die kommen von links, die kommen von rechts. Ich will nur, dass sie sich von unten aus dem Boden ausgraben, Alter. Ich bleib mal wieder hier stehen. Ich habe mal hier einen bekommen und oben ist einer rausgejumpt. Ja, 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 jetzt kommt eine E-Sass. Ich rieche es. Ey, es ist Clash. Fick dich doch, Alter. Kann ich dein Ernst sein? Boah, der Smoke schmeißt mir was. Good night, Banana. Wo ist die Clash? Oh, wuuu. Die Clash hat meine Kugel auch richtig gefressen, Alter. Oh, ja, 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 ja. Die dachte sich so, oh. Eine Kugel aus der Leber-Sophia-Waffe. Oh, ja, ja, ja. Hä? Hast du das gesehen? Meine Drohne ist durch den Schrank geba... Meine Drohne... Ah, nee, hier ist ein Loch. Theoretisch ist ja auch der ganze Rassismus komplett das Schwachsinn. Weil im Grunde genommen... Im Grunde genommen werden Schwarze als minderwertig oder zum Beispiel so angesehen, obwohl die Schwarzen rein evolutionär die reineren Menschen sind. Ja, ja. Das heißt, eigentlich sind wir unterbemittelte Menschen im Grunde. Die sind eigentlich nicht hybriden, sondern eigentlich Mutationen, theoretisch gesehen, oder? Könnte man so sehen. Ja, könnte man so sehen. Und rechts, rechts ist der Jäger. Rechts, 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 rechts. Rechts, in der Dore, rechts, rechts. Weiter rechts, Junge, das ist links. Hä? Ich habe doch die ganze Zeit auf ihn drauf geschossen. Jetzt piekt der... Wollen die mir ernsthaft erzählen? Der hat sich unter dem Schuss durchgeduckt. Wollen die wirklich... Ja. Warum ignoriert das Schüsse? Also, ich finde wirklich, die sollten es so machen, dass wenn ein Schuss abgegeben ist und ein Operator trifft, dass der auch stirbt, nachdem der Operator den Schuss abgegeben hat, tot ist. Das ist nämlich nur realistisch. Genau. Sex, eine Albstündin später. Oben, oben, oben. Ich habe ihn nicht gesehen. Doch, doch. Also, auf meinem Screen war er drauf bei dir. Ist das eine Drecksmap, ey. Komm. Wieder so Drecksgegner. So Platinote rennen die ganze Zeit raus. Haaah. Ja, die spawnpieten schon wieder. Ja, das werden die auch nicht lassen. Deck mich. Deiner Schwanzlutscher. Ich habe mich so hart erschreckt. Ja, komm. Komm doch out, du bitch. Oh, lol. Ehre genommen. Vorhaut genommen. Leben genommen. Trenn mal da links raus. Ja, genau. Outrun. Und oben. Nice. Das war nett. Alter, das war nett. Geil, Junge. Gold. Aber die können nicht getroffen. Getroffen. Ich hoffe, man sieht es nicht. Nee, man sieht es nicht. Oh, das muss doch keiner sehen. Alter, die ratieren wir richtig hart weg, Alter. Absolut. Bam, bam. Jetzt nehme ich ausnahmsweise Echo. Ich will nämlich ein bisschen Echo lernen. Ich würde ja auch nach oben gehen, aber nein, ich schäme mich hier irgendwo hin. Ein paar Sekunden später. Nein, ich käme es weg. Ja, Junge. Fack dich doch. Nein. Ey, das kann einfach nicht sein. Ja, dann, du solltest mal runter. Nice one. Und spring jetzt einfach hinter dir, hinter dir runter. Ah. Ja, da, 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 da. Nice one. Das war ein geiles Play, Junge. Das war ein geiles Play. Ah, ja. Nice one. Alter. Der Carry. Der Carry. Alter, aber ich habe gerade richtig gut gecarried. Geht auch, wenn man aimt teilweise, naja. Genau. Komm, wir machen ACS-Duo. ACS-Duo. Oh, warte, warte, warte. ACS-Duo. Let's go. Musst du nur nachher dann denken, dass du es wieder changest. Aber das kriegen wir hin. Yo, Alter. Roaming-ACS-Duo, Alter. Italienisches ACS-Duo, Alter. Oh mein Gott. Auf geht's. Ciao. So. Ah, scheiße. Ich habe doch einen Laser drauf. Egal. Schaffen wir auch so. Der wurde richtig weggelasert, Alter. Ich bin zu killgierig. Ich sie close. Ich weiß. Nein, hä? Lol. Lol. Ich hätte so eine Millisekunde früher schießen müssen, dann hätte ich sie bekommen. Egal. So, der Lord wird geplayt. Der Lord, Alter. Ja, muss doch sein. Der Roaming-Lord auch noch, Alter. Junge. Jetzt wird salutiert. Salutieren sie vor dem Lord, Alter. Salutiert. Salutieren sie vor dem Lord. Das ist ein Andenken an den russischen Lord, Alter. Putin lässt grüßen. Warte. Da ist sogar eine Gou-Nadel da. Oh, 1a. Dankeschön. Danke, Mann. Hallo. Warum geht das hier nicht? That's a good question. Okay. Lord zieht um. Montagnen, Twitch, on my death position, you know. Alter. Alter. On my death position, you know. Oh, hi. Kommen sie hier, hallo? Lol. Diana. Du warst lost. In der Tat. Ich bin, ich bin, äh, komplett lost. Oh, mein Gott. Tschüss. Warte, ich helfe dir. Wie? Wie? Hä? Was? Was, Junge? Oh, da, 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 da. Ja. 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 Kommen sie hier, Herr Lord. Die haben die Ehre. Kuss, mein Lieber. The Lord never die. My work is done. Ich finde, man braucht immer noch einen Operator, der so, äh, so Löcher in reinforceden Wänden mit so, mit so Schaum oder Gips zu machen. Also, ich fände das cool. Ich fände das richtig cool. Das ist halt die Frage, kann man da dann wieder aufbreachen oder ist das dann ähnlich wie so eine Castle-Barrikade? Ich glaube, es wäre sogar besser, das wie eine Castle-Barrikade zu machen. Mit weniger Schlägen halt. Hey, that's pretty good. Hey. Ja, dieser, dieser Mordex-KWR. Hey, er schreibt schon. Hey. Diese Leute, die goodnight schreibt. Was, was, warum? Warum nimmt das so zu? Ich verstehe das nicht. Warum gibt es solche toxischen, toxischen Leute, Alter? Menschlich gesehen, ziemlich abstoßend. Ich so, dafür erstmal melden. Neon, du nimmst so richtig meine Rolle rein. Ja, Alter, was soll mir schon passieren? Neon wird jetzt der Ju- Ja, du musst, du musst das jetzt langsamer machen, weil ich glaube, ich darf nicht mehr so viel. Weil wir denken, wie viele ich schon gebannt habe. Ey, es wäre lustig, wenn das auf R6-Tracker steht, wie viele Spieler man gemeldet hat. Das wäre krank. Bei mir steht dann erstmal eine dreistellige Zahl. Ja, absolut. Diese Map ist einfach scheiße. Diese Map ist wie Brokkoli auf Pizza. Also widerlich. Ja, das war ein geiler Vergleich. Jungs, was ist denn los mit euch? Von meiner Schwester eine Freundin der Freund. Ja, das ist lustig. Hat, ähm, der ist irgendwie so schräg, dass der halt, ähm... Komm, let's pushen. Ja, dass der wirklich, als der mal eine feste Zahnspange hatte, hab ich mir das so mitgehört, dass der wirklich alles pürierter hat. Das heißt, der hat Pizza auch püriert und getrunken, Alter. Uff, Alter. Ja. Okay. Okay, schön. So geht's auch. So, Freunde, das war's jetzt wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen und ein Abo da, wenn ihr dies noch nicht getan haben solltet. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. See ya. Tschüss. 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 Tschüss.